hallo herzlich willkommen auf der natürlich schön bewegt plattform mein name ist alex ich bin die trainerin auf der plattform und hier stelle ich dir vier punkte vor warum für dich vielleicht die plattform ein super genialer ort ist um in bewegung zu kommen erstens du kannst live mit mir online trainieren oh ja das geht feste termine bedeutet absolute verpflichtung ich komme meinem inneren schweinehund nicht mehr aus punkt 2 die gruppe ist einfach genial unterstützung von den gruppenmitgliedern und natürlich auch von mir ist klar und so fühle ich mich einfach auch als teil einer gruppe nicht mehr so vor mich hin arbeiten sondern ich habe wirklich einen grund und ich habe dieses unterstützende und dieses weiter bewegende durch die gruppe punkt 3 ich mache das was mir gut tut ich mache das was ich kann und ich brauche mich nicht mit anderen vergleichen weil ich kann das nämlich für mich zu hause machen ich muss nicht nach rechts und links gucken was macht meine partnerin und ich kriege das nicht so gut hin was bin ich denn für ein loser sondern ich mache das was ich kann und ich habe so eine bandbreite an dingen die ich tun kann ohne dass ich jetzt nicht auf meine kosten kommen das ist ganz wichtig also vom beginnner bis fortgeschrittenen kann ich bewegung wirklich für mich so machen dass es ohne druck ist und trotzdem einfach bleibt und immer spaß macht punkt 4 ich muss nirgendwo hinfahren von meinem wohnzimmer in dein wohnzimmer oder schlafzimmer bist du egal wo und wer sich gerade um du dich um dich befindet in der lage sport zu treiben du brauchst nämlich nichts außer deinen tollen körper gute schuhe eine matte und eine wasserflasche handtuch ist vielleicht nicht schlecht und zwei zusätzliche wasserflaschen für ein bisschen kraftsport und also wenn du schwierigkeiten hast zu sagen ich kann mich nicht motivieren ich brauche jemanden ich will auch nicht irgendwo hinfahren ich will auch nicht geld ausgeben für etwas was ich gar nicht nutze nämlich geräte ich will auch unterstützung haben und vor allem möchte ich auch das tun können was mein körper gerade tun kann und mich nicht zu mehr gezwungen fühlen dann ist die plattform vielleicht genau das richtige dann kannst du auch wirklich dort einfach mal rein schnuppern und wenn du das mit dem schnuppern nicht hinkriegst live dann kannst du auch mal einfach eine aufzeichnung die anschauen denn alle trainingseinheiten werden immer mit aufgezeichnet aber keine sorge man sieht dich nicht sondern nur mich aber wir sehen uns vorher live und nachher live das hat die übertragungssoftware das schaffe ich mit zoom aber du bist einfach frei in einer entscheidung ob du dabei sein möchtest ob du dich zeigen möchtest ob du nur den ton zuschaltest und während des trainings bist du komplett abgeschaltet ich zeichne unser training auf und dann hast du das danach in der gruppe zur verfügung kannst damit eben auch nach tonen oder es noch mal machen und solche sachen ich freue mich auf dich wenn du dich bei mir meldest für mehr infos oder wenn du sagst das klingt total cool dann fragt mich auch noch nach dingen die dir noch unklar sind oder besuch uns einfach mal auf der plattform was gut